Ich war bei der Dani beim Soul Pioneer dabei und darüber bin ich unglaublich happy, weil es eine coole Erfahrung war. Man bekommt dort unglaublich viel Wissen vermittelt, was man in seinem Leben sehr gut anwenden kann, positiv für sich anwenden kann. Man lernt zum Beispiel unglaublich viel über sich selbst. Also ich meine, man weiß ja, wie man ist, aber dann zu verstehen, warum man so ist, wie man ist, das war unglaublich spannend. Also ich hatte ganz, ganz viele Aha-Momente über mich selbst, weil ich wieder irgendwas über mich gelernt habe und verstanden habe. Das war wahnsinnig spannend. Man lernt sehr viel über zwischenmenschliche Beziehungen. Man lernt die universellen Gesetze und vor allem lernt man sie auch wirklich zu verstehen. und anzuwenden. Ich kann es nur jedem wärmstens empfehlen. Es ist wirklich eine coole Reise, eine coole Reise zu sich selbst, eine coole Reise zum Universum. Also es war einfach wahnsinnig spannend. Und man bekommt on top noch dieses coole Buch, das die Dani selbst geschrieben hat, über den Soul Pioneer, wo nochmal alles, alles, alles drinsteht. Weil es sind schon unglaublich viele Informationen, die man während des Mentorings vermittelt bekommt. Und die kann man sich gar nicht alle gleich behalten. Und mit diesem Buch kann man nochmal für sich zu Hause ganz in Ruhe eintauchen, reflektieren, das ganze studieren, analysieren. Also es ist ja unglaublich komplex, gerade das Thema Human Design, das ist so viel. Und da kann man das alles ganz in Ruhe nochmal für sich, ja, durcharbeiten einfach und schauen, wie man das für sich anwenden kann. Ja, also wie gesagt, es war unglaublich toll und ich kann dieses Mentoring nur jedem wärmstens empfehlen. Vielen Dank, Dani.